So, Willkommen bei Org Must Die 2. Jünger Spiel ist schon ein bisschen eine Runde gespielt und auf niedriger Stufe. Du bist wirklich steinalt oder so. Du siehst immer noch gut aus. Tatsächlich. Nur weiter. Ich glaube, wir verstehen uns. Aha. Klappe zu Anfang. Wie auch immer, das ist schon eine Runde gespielt. Deswegen war nicht so viel frei. Ja, ich hasse den Level. Die sparen da unten. Und die rennen alle da hoch. Und die anspringen, was im Weg kommt. Ich weiß, dass man den blockieren am besten soll. Achso, die Mauseinstellung ist eher falsch, aber okay. Jetzt sind wir da durchgelockt. Da durch und da. Und da wäre jetzt auch drauf fokussieren. Ja, da kann ich nichts auf die Decke tun. Aber da ist ja so ein Fall. Ah ja, ich habe ihn da draufkatapultiert. Genau. Ich habe ihn da gespielt. Die habe ich da draufkatapultiert. Und die sind nicht mehr runtergekommen. Da habe ich mit Bomben oben reinwerfen müssen. Das war witzig. Warte mal. Ich könnte das in die Richtung nochmal machen. Machen wir sicherheitshalber? Nein. Ich brauche ja... Genau. Ja, 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 ja. Hier noch zu... Zu wenig Zeug. Ich einmal... Langsamer machen. Oh, kacke. Hier noch... Viel zu wenig. Für die Bomber. 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 Ja. Die Motorradverkehr. Maschinengewehr und... Ja. Gewehr. Also die Meistenstellung ist irgendwie zu schnell drin. Warte mal. Ich muss immer ganz kurz... Im Gameplay... Im Gamefindlichkeit... Warte mal ein bisschen. Noch ein bisschen zu schnell. Aber ist... Okay. Ja, dann geht es los. Und da muss man einfach nur aufhalten. Die kommen da jetzt raus. Hey du! Verlieb dich doch! Und es gibt auch Kombis. Eigentlich könnte ich bei der ersten Welle Kombis machen. Nein, nein, nein. Da gehst du nicht lang. Mal schauen wohin sie gehen. Weil wenn sie da dann gehen... Nicht, 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 nicht. Gut. Okay. Nun funktioniert es. Du wartest da. Kommt der wer? Nö. Dann tschüss. Komm. Hierher. Nö. So. Der Unterricht ist beendet. Bleib ruhig! Dankeschön. Und ich hab da drüber. Ich liebe die Geruf von Schippen am Morgen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was will das? Oh nein. Oh nein. euch gegenseitig. Ihr mögt mich doch, oder? Okay. So, ihr kriegt euch gegenseitig, ja? Bitte. Na endlich, haben wir ein Kombi. Wie gesagt, Kombis, das kann ich noch nicht wirklich sterben. Ja! Ich finde die Alm noch cool. Nein, 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 nein. Ah ja, ich kann springen. Was magst du? Wohin gehst du? Ah, doch. Die nächste, wer, die kommt schon. So ein Kackendrick. Ähm, da geht nichts dran. Ähm. Ja, die können sie noch durchbrechen. Die sind mir egal. Die Spikes da hinten sind nur da, um genau das ein bisschen zu verhindern. So, das war jetzt auf den. Und das auch. Noch ein bisschen. Gut, danke. Bitte alle gemeinsam! Bekämpft euch! Ja! Nö! Du bleibst stehen! Ja, triff! Opa! Oh! Ah, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, aber... Aber... Ich könnte die Bomber damit aufhalten, ein bisschen. Ihr könnt da drüben... Bogenschützen? Ich tue Zwerge. Aber nur zwei. Der Rest probiere ich da irgendwie. Ich kann ja nichts an die Decke tun. Doch, aber die reichen wahrscheinlich nicht runter, vermute ich mal. Und der Katapult könnte, ja das probiere ich noch mal drauf schleudern. So, die tun wir jetzt noch mal zurück und bin sie doch durchgekommen. Nö, wie machen wir denn? Oh, da ging er. Dann mache ich nur eine Kombo da. Nur für die Zwischenzeit. Ich habe ein bisschen... Und noch irgendetwas bei mir gegenüberliegend. Äh, irgendwo da. Damit zumindest ein paar zerstört werden. Passt, geht los! Ja, die gehen da rüber. Okay, alles klar. Das warte ich mal zusammen. Ich wäre umgekehrt gescheiter. Weil die... Nein, im Sterben... Äh, sterben sehr zu schnell. So. Boing. Hahaha. Oh, die kommen nicht hoch. Also Kopfschüsse müsst ihr machen. So, piep piep. Hopp piep. Tja. Wut keine Schmerz. Oke. Uh, die sind ja nicht hoch. Oh, die sind ja nicht hoch. Oh, da war mir. Oh, du, du, du. Ja! Ich hab mich. Oh.... Du. Du. Arsch! Okay, das ist definitiv nicht gut da. Das muss viel besser werden. Ich weiß aber nicht wie. So vielleicht. Boah, ich triff ja niemand. So. Boah. Hohohoho. Ein Geist. Ja, komm doch her, komm her, komm her. Ich weiß, ihr habt es nicht gesehen, könnte es sein. Ja, du bist nicht genial, da bin ich sicher. So, langsam schießen, dann macht man nämlich kippt. Kopfschüsse bei der. Und der ist auch noch, so. Stehenbleiben, so, was tun wir mit dir? Oh, du liebes Süßig. So, ja, kleines Bäuchchen, ja. Ach so, die Zwerge, die könnt ihr wiederbeleben. Ich diene, mein Drogen ist euer. Stehen wir mal hin. Ja, nee, kämpft meine Minions. Ja, die ist ein blöd. Die sind nämlich zu schnell. Ich tue mir lieber die Minigun raus. Läuft. Den habe ich nicht angeschaut, funktioniert der? Kommt man her. Ja, funktioniert. Gut. Boah, wie die fliegen. Letztes Mal hatte ich es da vorne, da irgendwo. Da sind sie da rauf geflogen. Das war cool. Was tun wir denn? Da mal, ähm, nochmal verlieben lassen? Boah. Haha. Hey, Bummi. Kann ich doch eigentlich irgendwas... Ja, ihr hätt die Steine nehmen sollen. Ah, die stehen aus Kürzen. Boah. Kommt meine Minion. Ich bin übrigens am schlimmsten, ey. Schön. Tja, dann bauen wir auf. Ich will nicht zu viel Geld und Zeit verschleudern. Ich könnte da... Achso, ist schon eine Engstelle. Die müssen sie da noch mal verbrennen, weil die ist sehr schwierig. Eine Ausmacht am liebsten geröstet. Das ist die Sicherheit. Das müssen sie irgendwann aufzustellen. Aber die haben ja auch nicht. Die heilen sich irgendwie. Also... Ähm... Geht da drunter drauf. Nein, da. Aber... Immer das auf beiden Seiten. Ne, falsch. So. So. Verbrennen, ja. Da kommt zwar nicht wirklich... Halt deine Klappe hin. Ähm... Das ist halt nicht so eine gute Kombi. Einzige, ich könnte so... Da halte ich mehr davon. Ähm... Die wir das... Nö. Woll das in der Mitte sparen. Ah, ich müsste noch einen sparen. Dann lass ich mal in der Mitte das lassen. Bisschen längsamer machen. So. Nämlich die Bogenschützen, die die wieder regenerieren. Das ist gut. Die ist sehr gut. Die Zwerge... Oh, doch! Also... Okay. Ja. Ja, die springen da drüben. Okay. Ja, das macht es gut. Warte jetzt mal. Warte jetzt mal. Und... Greif mir den an. Sehr schön. Komm her. Schauen funktioniert das. Kommt man her. Hier. Ja. Denn das wird irgendwann zu viel werden. Das coolste ist, wenn die, äh... So ein Herzchen haben. Und dann sterben, dann explodieren sie. Ja. Boah, ist das geil. Ja. Alle auf den kleinen. Ha, geil. Nein. Okay. Wo, wo, wo. Ah, da sind sie. Alle auf den. Der ist böse. Und auf den Pummi. Oh. Der Pummi sollte mit Kopfschüssen. Ah, der ist schon down. Okay. Der muss irgendwann down werden. Ich möchte den nicht haben. Boah, ich triff den Kopf nicht. Ja. Der muss down gehen. Das ist zwar sehr ineffektiv, wenn es um, ähm... Noch mehr. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Hat er auf den. Oh. Die sind gefährlich. Da bin ich schon ein paar Mal gestorben. Alter. Am liebsten würde ich nur zuschauen. Ja, genau. So kriegt man die schnell down. Ja, genau. So kriegt man die schnell down. Vorher rüber gehen. Du warte ich noch auf die anderen. Ja, der ist so oder so down. Ja, der ist so oder so down. Das geht doch. So, mein Freund. Was machen wir jetzt? Hä? Was machen wir? Ja. Ja, das war's mit der Runde. Ja, das war's mit der Runde. Schön. Vier. Vier. Ja, gar nicht schlecht. Ja, ich würde dann sagen, damit sieht man sich dann in den nächsten Video. Und ja. Servus. 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 Servus.